Junger Mann, Herr Kaiser, Sie sind jetzt vier Monate ausschließlich unter diesem Wellblechdach meditierend geblieben. Martin, liebend auf uns, liebend, ich liebe, ich liebe abgöttisch. Ja, das ist genau das, was wir hören wollen. Das ist sozusagen Ihr Resümee nach vier Monaten Asien. Indien. Indien, vier Monate Indien, ja. Gut, okay. Gibt es noch was, was Sie uns sagen wollen? Sie stehen ja nun kurz vor Ihrer Rückreise. Ich freue mich, dass ich dich kennenlernte. Auf jeden Fall. Dass ich mich richtig freue, dich kennenlerzuhaben. Weißt du, ich meine Vorurteile lecker, nachdem wir das erste Mal gesprochen haben, weißt du. Ja, weißt du, weißt du, weißt du. Ja, das ist superschön. Ich freue mich. Ich freue mich. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen.